Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 10. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 478 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Minecraft, Ocean Cleanup, Google Pay, Google Pixel Slate, Google Pixel 3, Linux Chef, EKG, Patchday und Sticky Notes. Ich beginne gleich mit Minecraft. Minecraft. Gerade gestern hatte ich das Thema schon mit drin und es geht weiter mit Minecraft und mit einer eher unschöneren Meldung. Im Jahre 2016, sprich vor zwei Jahren an der Apple Keynote, wurde die App gross vorgestellt, als sie auf die Apple TV kam. Microsoft hat da sogar einen Bühnenplatz bekommen und konnte die App vorstellen. Vor allem die gerätübergreifende Möglichkeit zum Spielen von iOS auf die Apple TV und so weiter wurde da stark betont. Und ja, jetzt ist es soweit. Die App wird eingestellt, wegen zu wenig Nutzung. Es wird also zu wenig gespielt auf der Apple TV. Zumindest Minecraft. Schade, schade. Dann geht es weiter mit einem sehr, sehr interessanten Projekt, das wir auch schon das eine oder andere Mal im Geek Talk, dem News Format hatten. Ein junger Herr ging damals raus in die Welt. Ich glaube, es war ein Holländer, der ein System erfunden hat, wie man den Ozean von Plastikmüll entfernen kann und befreien kann, besser gesagt. Und das Ganze ging dann via Crowdfunding und ganze Weiterentwicklung, blablabla. Jetzt endlich ist es soweit. Die ersten Tests mit der finalen Version sind abgeschlossen und das Projekt geht oder ist aktuell schon auf dem Ozean draussen. Ein 600 Meter langes Filtersystem ist das Ganze. Schaut euch den verlinkten Video mal an. Ich finde es extrem spannend und ja, ich hoffe, davon gibt es noch mehr. Es gibt ja verschiedene solche Projekte auf dem Planeten und davon sollte es deutlich mehr geben, denn wir müssen unseren Planeten Sorgen halten. Aber gehen wir weiter zum Thema Technik. Thema Technik war gestern Abend natürlich ganz groß im Programm Google, denn die hatten ihre Keynote mit den neuesten Produkten. Wenn ich so über Twitter und reingelesen habe, leider die Keynote selber erst nur ein Teil davon gesehen, aber es war nicht wirklich viel Spannendes, Aufregendes mit dabei und sogar langweilig, wie ich gelesen habe. Deshalb werde ich mir auf jeden Fall die Keynote noch ein bisschen genauer oder es besser gesagt total noch ganz anschauen und mir dann ein eigenes Bild darüber bilden. Genau, genau, Bild darüber bilden. Ja, ihr wisst, was ich meine. Eine Neuigkeit ist, Google Pay greift an im Sinne von, jetzt kann ein Jedermann Google Pay nutzen. Nicht wie bei Apple Pay, wo man, also stimmt ja nicht ganz, bei uns in Europa zumindest nur eine Kreditkarte hinterlegen kann. In den Staaten geht es ja auch mit Debitkarten. Jetzt, Google hat das so gelöst, dass man Paypal integrieren kann. Das heisst, ihr könnt bei Google Pay euer Paypal Konto hinterlegen und dann damit bezahlen. Da sich das Ganze auch mit normalen Bankkonten verknüpfen lässt, könnt ihr in Anführungsschlusszeichen ganz normal auch über eure Bankkarte mit Google Pay bezahlen. Somit ist eigentlich jedes Android-Smartphone, das eine NFC-Schnittstelle hat, eine potenzielle Nutzung, was das anbelangt. Und ja, ich hoffe mal, das setzt sich weiter durch und beginnt sich zu verstärken. Ganz gespannt bin ich natürlich, ob das auch in der Schweiz funktioniert. Ich werde das mal versuchen zu integrieren. Aktuell ist ja Linus Torwart der eigentliche Chef von dem Linux-Kernel, Linux-Betriebssystem, ja, wie soll ich sagen, in den Ferien. Er darf ein bisschen schweigen. Und deshalb hat der neue oder vorübergehende Linux-Chef eine Aussage getroffen zu dem Linux-Kernel. Er meinte, es vor allem im Bereich Smartphone sehr, sehr traurig sei, dass kein einziger Smartphone-Hersteller, der auf Android setzt, außer Google selber mit seinen Pixel-Systemen, auf einen aktuellen Kernel setzt. Und das ist ziemlich, ziemlich unschön, denn ja, Open-Source ist das Ganze ja und somit kann eigentlich ein potenzieller Bösewicht, sage ich jetzt mal so in Anführungsflusszeichen, ziemlich transparent nachschauen, wo es da Löcher gibt bei den ganzen Systemen. Unser Glück ist natürlich, dass solche Lücken meistens die Voraussetzung haben, dass man lokal vor Ort ist, sprich das Smartphone in den Handen halten muss, aber dennoch gibt es auch andere Möglichkeiten. Eine positive Neuigkeit ist, dass im Bereich Server, also Enterprise-Sektor, da sind die grossen Namen wie Red Hat und Suse etc. immer dazu bedacht, eben den aktuellsten Kernel zu nehmen. Und ich hoffe, das passiert in naher Zukunft auch bei den ganzen Smartphone-Herstellern. Aber eben, die möchten natürlich lieber neue Geräte verkaufen. Neuigkeiten gibt es zu der EKG und generell zu den Gesundheitsfunktionen, welche die Apple Watch bieten wird. Nämlich die ganzen Features eben rund um EKG sollen ja noch in diesem Jahr, zumindest leider nur in den USA, starten. Dazu hat Apple eine eigene Seite ins Leben gerufen und die gilt zu beobachten, wen das interessiert. Und die meisten Leaks oder, wie soll ich sagen, Ankündigungen oder Vorankündigungen kommen ja meist aus diesen Support-Dokumenten. Der Patch-Day. Irgendwann, Anfangswoche habe ich glaube ich schon erzählt, dass es bald soweit sein wird, dass Microsoft sein neuestes Betriebssystem ausrollen wird. Die Links, die Direktlinks waren ja schon länger online und konnten geladen werden. Jetzt wurde das Ganze offiziell geladen und ihr bekommt auf eurer Windows-Maschine, die auf Windows 10 basiert, die Möglichkeit, das Fall-Update, also das Herbst-Update besser gesagt, einzuspielen. Viel Spaß euch damit und denkt dran, macht vorher ein Backup. Und etwas habe ich noch vergessen, respektive, nee, stimmt nicht, ich bin ein bisschen durcheinander geraten, spielt aber keine Rolle. Wir gehen jetzt weiter mit der Google-Geschichte, der Google Keynote. Was Google auch vorgestellt hat, ist ein Pixel Slate. Das Ganze ist ein Tablet, PC, so a la Surface, soll auch zu dem in Konkurrenz gehen und natürlich auch zu den iPad Pro-Modellen. Und ja, was ist das Ganze, ist ein Tablet, respektive mit einem Aufsatz, also Tassatur-Doc, natürlich dann auch ein kleiner mobiler Rechner, den ihr für den Einsatz, eben zum Beispiel beruflich, aber auch natürlich für den Konsum von Medien nutzen könnt. Interessanterweise basiert das Ganze nicht auf Android, wie die letzte Version, sondern auf Google Chrome OS. Und das ist natürlich eine Schlappe für all die anderen Hersteller, die noch auf das Android-System setzen. Im Tablet-Bereich, hier zeigt Google ganz deutlich, dass es im Tablet-Bereich nicht mehr mit Android weitergehen wird. Und ja, Chrome OS ist ja auch nur der Übergang zu den aktuell noch in Produktion befinden, wie hieß es, Fuchsia OS. Wir dürfen gespannt sein. Alles in allem ist das Gerät ziemlich teuer, wie man lesen konnte, denn ab 599 geht es eigentlich los. Man könnte denken, ja, das geht, aber das ist dann nur die kleinste Version mit 4 GB Speicher. Es gibt dann deutlich mehr Speicher, bis zu 16 GB RAM und 128 GB Speicher in SSD-Form für die Daten, die ihr hinterlegen könnt. Und da geht es dann ziemlich schnell hoch in den Preisen, auch bei dem Bereich Zubehör. Das Trackpad, also sprich die Tastatur mit eingebautem Trackpad und der Stylus, die kosten Apple-ähnliche Preise. 199 US-Dollar, sogar deutlich teurer als bei Apple, ist die Tastatur. Und der Stylus geht eben in die gleiche Richtung, der liegt bei 99 Dollar. Und dann wird das Produkt eben teuer. Aber das sind die Pixel-Produkte ja immer schon und hier hat man natürlich Update-Garantie. Von dem her sollte man sich das Gerät doch mal genauer anschauen, wenn es einen interessiert. Dann hat Google auch vorgestellt, die neuen Pixel-Smartphones, das Pixel 3 und das Pixel 3 XL. Beides Geräte, die Unterschiede und was dafür mit bei ist, haben wir euch verlinkt. So als allererstes, was natürlich direkt auffällt, ist die Batterie. Besser gesagt, der Akku, der relativ für ein aktuelles Android-Flaggschiff niedrig ist. Mit 2900 beim kleineren Modell, da könnte man doch ein bisschen mehr nehmen. Und auch beim Bereich RAM setzt hier Google nur auf 4 GB. Gut, man muss auch sagen, andere Hersteller übertreiben mit 6, respektive 8 oder sogar 10 GB. Hier ist natürlich Google ähnlich wie Apple. Die haben ihr Betriebssystem sehr, sehr nah auf die Hardware geschrieben. Und somit braucht es dann halt eben auch nicht so verschwenderisch vieles RAM, würde ich mal behaupten. Spannende Telefone, vor allem im Bereich Fotografie. Auch da setzt Google wie andere, Samsung und Huawei, auf die AI. Und wir dürfen gespannt sein. Es soll das beste Smartphone, Kamerasmartphone sein, das es aktuell auf dem Markt gibt. Zu guter Letzt habe ich noch eine gute Neuigkeit für alle Windows-Nutzer, die auf die Sticky Notes setzen. Diese kleinen Post-its, welche man auf Windows nutzen kann. Die werden bald schon synchronisiert und zwar mit OneNote. OneNote für Android und iOS. Und somit bekommt man diese kleinen Notizzettelchen auch auf die anderen Systeme. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ich nutze die auf dem Windows-System sehr gerne und freue mich somit, wenn das Ganze eben auch weitergeht. Wer ein Android-Smartphone hat, kann das aktuell schon austesten, muss dazu einfach der OneNote-Beta für Android beitreten und kann dann eben schon mal das Ganze anprobieren oder ausprobieren. Das waren es, die ganzen News, die ich heute für euch bereit habe. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Mittwoch. Für mich ist die Woche nun durch. Morgen wird mich der Achim ersetzen, sprich für mich einspringen, besser gesagt. Ich bin da an einem Kongress und relativ stark eingespannt. Somit hat er den Tag übernommen und wird die Woche dann auch beenden. Wir hören uns in einer Woche dann wieder, wenn ich an der Reihe bin. Euch schon mal einen schönen Restwochen und dann natürlich auch ein schönes Wochenende. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.